so hallo und herzlich willkommen zur zweiten aufnahme von oma wie heute mit mir im plus hater als sniper aktuell liege ich gerade bei das mal gucken 70 tötungen und einer treffer serie von 67 kills das heißt ich habe die leute erschossen ohne dabei selber er ist auch ja das bombelle ist wieder durch die pack hat er voll reingehalten alter zeit ist eigentlich noch sechs minuten noch Ja, ich meine, das ist für dumm, das bauten ihre Ziele in den Dacker-Kinder. Wir brauchen mal wieder neue Ziele, die ein bisschen offener stehen, die da unten verstecken sich andauernd Ja, hab wieder ein paar Nice, die hat dieses MG da Ja, wir haben hier nen Läufer, der uns gleich im Rücken fällt Also in 2 Minuten Voll cool, dass du einen Muni organisiert hast, Mann Ja, kein Ding Ich schwör dir, wenn wir den Strandabschnitt verlieren sollten, wird das die Runde mit den absolut meisten Kills, die ich jemals in meinem Leben hier Gas haben werde Kein Ding Kein Ding Ah, schon Die kommen ja auch nicht vorwärts, keine Ahnung Also, super Verteidigung von uns hier Ja Ah, ich hab wieder nen Fresh vorne im Wasser Ja 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 Jo Ah, da ist schon wieder ein Laster-Flash-Born. Da wohl einer, der Boot drin steht live und wieder wegfahren, ich hab ihn erschossen. Die arme Sau, Alter. Die arme Sau, Alter. Jetzt haben wir die Zeit, drei Minuten, oh geil, Alter, das Abschlachten geht weiter. Noch drei volle Minuten, dieser absolute Genuss von Leuten wegschießen, hier ist echt geil, Alter. Ah, ich hab gerade gar keine Ziele mehr. Ja, wir kriegen halt momentan Besuch von oberhalb des Tommels, weil jetzt muss doch eigentlich auch noch ein Sniper-Squad sein, weil mehr als einen hab ich jetzt bis jetzt nicht gesehen. Da ist ein Wunder. Da ist zwei Minuten noch. Ja, hab wieder neue Läufer. Äh, ich hab den jetzt zu zweit mal durch die Beine geschossen. Eine Minute noch. Oh, die Sponnel wird kaum noch durchgehen. Neue Feindliche gar nie. Auf Ding. Aber es ist nur noch eine Minute. Dann ist halt nur die letzten Abschlüsse. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, bitte Like oder Abo unten reinsetzen. Ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal so eine Kill-Serie überhaupt hinbekomme. Ist nicht jetzt am Ende gewesen. Ja, doch ein paar Dutzend Kills schon. Noch einen abknallen, aber hier läuft doch nichts mehr. Ja, wie gesagt, Like oder Abo wäre nett. Hilft mir auf jeden Fall sehr, ist nichts zu verachten. Jo. Das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, 374 Abschlüsse. Insgesamt 86 Kills und 83 Tötungen in einem Leben. Ein Kill-Todesverhältnis von 43, weil ich wurde am Anfang noch ein, zwei Mal getötet. Hier von Hans Hodensaft. Keine Ahnung, komischer Name. So. Bis dann, haut rein.